Ja, bei ihnen ist das so blöd, er hält sie vorne und sie natürlich auf... Oben, da kannst du einfach nur gegenspringen. Ja. Tröste dich nicht. Fail-Folge. Schmiede eine neue Folge. Und die letzte Folge war voll der reinste Fail bei mir. Bei dir aber auch die letzten drei Folgen. Sagen. Ich habe nur letzte Dauer gegahnt. Ja. Ich weiß nicht, warum ich bei diesem Level abkappe. Keine Ahnung. Das gleiche insbesondere wieder leckt. Ja. Oh nein, das Hauptfässchen. Alter. Alter, Volker. Wo kann man denn her? Von hinten. Bananen-Joe. Bananen-Joe. Jetzt kommt wieder die Scheißstelle. Ich kapier's nicht. Ich könnte jetzt einfach riskant einfach rüberfliegen, aber da würde ich glaube auch... Ja, schaffe ich nicht. So zum Kotzen. Ach komm, lüg nicht. Wow. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt stürzt ich immer dauerhaft ab. Kenn mich ja. Jetzt du haben geschafft das. Geht mal her. Na, Rino haben wir nicht bekommen. Ich weiß. Da ist eine Kanonenkugel drin. Ne. Leck. Oh so. Ist er noch hier? Oh nein. Da war ja was, ne? Boah, leckt das gerade bei mir wieder. Alles? Hm, hm, hm. Das ist auch gemein. Solche Fässer. Oh nein, stinke Käfis. Die Fässer kann ich wieder. Ja, aber die sind auch mies. Lasset die mies. Miese Kackapu. Hi. Leckt. Ja, ich merks. Miser Mann. Boah, ey. Wie das wieder leckt. Ohohoho. Voll Pixel-Fail. Na ja, ich hab auf... Pause gedrückt. So. Warum kommt da jetzt so ein harter Leck hier rein? Ich hab keine Ahnung. Der kann jetzt den Spite erstmal wieder nicht wechseln. Dann dauert das, wenn wir ja haben. Bist du, ich save mal eben kurz. Ist egal, wie viel Leben wir haben. Mach mal. Save einfach mal. Super. Schon wieder die Scheiße. Ich hab auch wenige Leben. Alles gut, Centus. Das ist gut. Wie viel Leben. Wie viel Leben. Wie viel Leben. Warum? Warum fing das gerade wieder so zu Leck, hä? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das heißt, wir müssen gleich eine Pause machen. Ja, glaube ich auch. Was sagt das Spiel einfach? Nein, Leck mich am Arsch. Sagt das Spiel. Das Spiel sagt Leck mich Jetzt schaff ich das aber Komm, jetzt schaff ich das Das ist so gemein mit dem Schwert, ne? Ehrlich? Warum? Warum immer bei mir? Weiß ich nicht Nein, das ist gemein Ja Hab dich Warum? Oh Mann, ey Frag mich nicht, dann ist die Jäger mich die ganze Zeit auch über ein Level Du hast den Glück, du kannst aber zurückfliegen Kann das erstmal lange nicht machen Interessiert mich aber gerade gar nicht Das wär was gewesen, ja Das wär was gewesen, ja Das wär was gewesen, ja Ich hör mal lieber auf Das wär was gewesen Das wär was gewesen, ja Ja, die festen sind doch da Aber nur ein little bit gemein Ja Vor allem wenn du versuchst Vergiss zu drücken, ne? Egal in welche Richtung Ob du jetzt nach links oder nach rechts Durch den Bus irgendwo hindrückst Ja Komm, mein Fässchen Komm, wir gehen da runter Na, leckst du jetzt wieder? Nee, jetzt nicht Oh nein, Wolfhank Halt stopp Tja, Flash Hast du noch so'n Adidas geschenkt, da Mit so einer scheiß Bienen Jetzt leckt das wieder Ein bisschen Eben zumindest ganz kurz Wicked, 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 wicked Oh, hallo Fass, kannst du da bitte wiederkommen? Ich glaube, das Fass kommt nicht wieder Ah, da ist es Oh, meine Herren, das sind so richtige Hassfässer Tja, du musst ein Stück zurück und ein Stück wieder nach vorne Und ein Stück wieder zurück und ein Stück wieder nach vorne Ah, da kommt Ah, ah, ah Ich meine, da kam eine Biene immer dazwischen Okay Wenn wir da Deswegen bist du ganz schnell weggegangen, ne? Ich hab's aber auch nur gemacht Ach, ja Ich muss sich diese Fässer selbst anstupsen Okay Du kannst ja die Richtung immer drehen Ja, aber nur wenn du dieses Drehding hast, ne? Ja Bei den Nummern oder bei den Pfeil da Hm Ach, egal Ich bin einfach Oh, hau doch ab Ich will einfach nur rein Jetzt geschafft Jetzt geschafft Oh, leck mich am Arsch Er hat es geschafft Maul Nein, ich bin einfach Oh War ich nicht, war ich nicht, war ich nicht Oh Nein, war ich nicht Das war okay Ach, komm, fick dich Ey, nimm die Kugel Die Haken, die so weit unten hängen sind So scheiße, ne? Och Wetten Wetten Trifft mich wieder All wie nah Boah Ich hab's geschafft Wunder Einmal noch Hä? Einmal noch Ganz kuck, jetzt muss man drunter her Die Haken sind dauerhaft da, ne? Ja, schön Warum rennt sie mit hinterher? Was ist das Spiel? es ist dunkel fleisch es müsste es müsste das nervige level sein es kommt diese komische leuchtfläche weiß was du mir nicht zu sagen oh ich will mit der flunder schwimmen das war knapp eben das sind nervige blitze ne aber du siehst trotzdem was ja ohne wäre besser was soll halt ablenken das ist das problem das ist extra so gemacht halt sicher ist das extra gemacht schön zu irritieren fabrizieren fupitieren fritzen pupsen leck war zu bisschen bei mir oh nein es ist hier was ist hier was hallo flundies ich habe den safe kommen puff hat angst gehabt und dadurch ist er geplatzt oh wie schade nicht oh da kam die flunder da kam die schnapp in die flunder ich schnapp in die flunder ich da lang ich habe keine ahnung oh da ist das safe guck mal den hat er gekriegt kann aber bitte mal wieder ein Affe kommen da ist wieder ein Affe ich bin wieder ein Affe da kommt Stami ist ja ein Stern du und da kommt Platzifisch Stern du schnappi schnappi das kleine krokodil plups schwimm schnappi hallo oh ich höre was hallo schafft er das level ja oder schafft er das nicht das ist hier die Frage schnappi schnappi das kleine krokodil stern du attacke mhm stern du mach mich blind attacke ist das hier der anglerfisch nervt puff ja so und da kam ne ich wollte gerade sagen da kam ne qualle aber das ist ne flunder mit seinen Freunden und den Kugelfisch der Platz vor Freude puff es ist wirklich nicht nervig mit dem findest du dann kann ich ja weiter nerven ne ja das Licht ist nerviger gerade puff wird bloß getroffen ach du kommst mit oder was ich glaub er schafft das ich bin jetzt oben ja ich weiß hallo man das wird abgestochen ach schade ach wenigstens leben wieder und da hat es Läschers ne 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 und jetzt klingt das wieder anzulenken aber damit würde ich sagen bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country 2 warte Diddy's Conquest tschüss tschau 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 Vielen Dank.